Sie hören Let Me Kiss You von Azuka Leonera, gelesen von Sabrina Scherer und Dominik Kolb, produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. Kapitel 1 Steven Gegenwart Bist du wirklich sicher, dass du das tun willst? Bist, fragt mein Mitbewohner Mark, während er einen zweifelnden Blick auf die zwei Reisetaschen wirft, die auf meinem Bett stehen. Nein, gebe ich zu und packe die letzten zwei Scherz ein, die ich auf jeden Fall mitnehmen will. Doch ich habe keine Wahl. Mark seufzt. Du könntest seine Eltern fragen, bestimmt würden sie... Ich werfe ihm einen giftigen Blick zu und er verstummt. Sie würden, aber ich will es nicht und das weißt du ganz genau. Seit der Sache damals habe ich keinen Cent von ihnen angerührt und ich werde mit Sicherheit nicht jetzt damit anfangen. Aber du kennst die Leute nicht, bei denen du einziehen wärst. Ich zucke mit den Schultern und ziehe den Reißverschluss der Reisetasche zu. Es ist nur für ein paar Monate, bis der verdammte Wasserschaden behoben ist. Vor drei Tagen wurde ich durch ein stetes Tröpfeln direkt auf meine Stirn geweckt. In der Wohnung über uns gab es wohl einen Wasserrohrbruch, der so verheerend war, dass auch Mark und ich aus unserer Wohnung raus müssen, damit die Handwerker freie Bahn haben. Mark kommt bei seiner Freundin Kira unter, mit der er seit der Oberstufe zusammen ist. Das war der erste Moment seit Jahren, in dem ich mir wünschte, ich hätte auch eine feste Freundin, bei der ich zwischenzeitlich wohnen könnte. Ich habe viele Freundinnen, doch mit keiner führe ich eine feste Beziehung. Wir treffen uns nur gelegentlich, und jeder weiß, dass sie nicht die einzige ist. Ein Hotel kann ich mir mit meinem mickrigen Lohn als Aushilfe Kellner nicht über mehrere Monate leisten, also blieb mir nur die Suche nach einer anderen Wohngemeinschaft. Es war nicht einfach, mitten im Semester eine zu finden, aber ich hatte Glück im Unglück. Zwar habe ich meine neue Mitbewohnerin noch nicht kennengelernt, doch da mache ich mir keine Gedanken. Bisher gab es nur ein weibliches Wesen, das meinem Charme widerstehen konnte. Na gut, zwei, aber die zweite zählt nicht, denn die ist mittlerweile die Verlobte meines besten Kumpels Leon. Ich wickle jede Frau um den kleinen Finger, wenn ich es drauf anlege, und wenn ich es richtig anstelle, erlässt mir meine neue Mitbewohnerin vielleicht noch etwas von meinem Mietanteil, denn ich bin echt knapp bei Kasse. Die neuen Fußballschuhe mit Nocken für Kunstrasen haben ein Riesenloch in meine Ersparnisse geschlagen. Warum mussten die Idioten aus dem Club auch auf die beknackte Idee kommen, plötzlich Kunstrasen zu verlegen? Mit meinen bisherigen Stollenschuhen durfte ich nicht mehr auf den Platz, also musste ich wohl oder übel neue kaufen. Ich schultere die beiden Reisetaschen. Was meinte der Handwerker? Acht Wochen? Marc hebt die Schultern. Ich gehe vorsichtshalber von zehn aus und wehe, unsere Zimmer sehen nicht wieder genauso aus wie vorher. Wir besitzen nicht viel von Wert. Unseren Fernseher und die Playstation haben wir bei einer Freundin untergebracht. Ich bin sowieso pro Tag nur wenige Stunden in der Wohnung. Studium, Training und der Nebenjob vereinnahmen mich fast völlig. Immer mal wieder stelle ich mir vor, wie es wäre, auf den Nebenjob zu verzichten. Ich hasse es, zu jedem dahergelaufenen Idioten freundlich sein zu müssen, und es hat lange gedauert, bis sich der Leitsatz »Der Kunde hat immer recht« in mein Gehirn gebrannt hat. Manchmal würde ich den Gästen am liebsten ihr »nicht ganz perfekt gebratene Steak« ins Gesicht drücken, damit sie die Klappe halten. Aber auf den Nebenjob kann ich nicht verzichten, weil ich auf das Geld angewiesen bin. BAföG schiedt für mich von vornherein aus, weil meine Eltern stinkreich sind. Doch ich werde keinen Cent von ihnen anrühren. »Wir sehen uns dann übermorgen in der Vorlesung«, sage ich zu Marc, der die Hand zum Abschied hebt. Nachdem ich meine vollgepackten Reisetaschen durch den engen Flur ins Erdgeschoss gewuchtet habe und aus dem Haus gehe, wartet dort bereits seine Freundin in einem winzigen feuerroten Peugeot. Ich nicke ihr zum Gruß zu und mache mich auf zur Bushaltestelle. Umständlich fummel ich den Zettel mit der Adresse meiner neuen Wohnung aus der Tasche meiner Jeans. Es kam mir vor wie ein Wink mit dem goldenen Zaunpfahl, als ich am Tag des Wasserschadens in der Uni diese Flugblätter fand, mit denen jemand mitten im Semester dringend einen neuen Mitbewohner sucht, egal ob männlich oder weiblich. Meistens klucken nur die Mädels in der WG, Männer strikt verboten. Die Wohnung liegt ein Stück vom Campus entfernt, aber das stört mich nicht. So kann ich meine morgendlichen Laufrunden gleich mit dem Weg zum Unterricht verbinden. Zum Glück hat ein Kollege meine heutige Samstagsschicht im Restaurant übernommen, damit ich mich in der neuen Wohnung einrichten kann. Mal sehen, wie es läuft. Vielleicht gehe ich doch noch arbeiten, denn Samstag sind die Trinkgelder höher. Im Bus werfe ich einen Blick auf mein Handy und scrolle durch die WhatsApp-Gruppe der Kids, die ich trainiere. Egal, wie oft ich ihnen einbläue, dass die Gruppe nur für wichtige Infos zum Training oder Absagen ist, spammen sie sie trotzdem mit irgendwelchem Müll voll. Genervt klicke ich die Gruppe weg und würde sie am liebsten verlassen, nachdem ich das hundertste Pokémon gesehen habe. Keine Ahnung, warum das immer noch populär ist. Ich öffne den Nachrichtenverlauf mit meiner neuen Mitbewohnerin. Wir haben nicht viel geschrieben und noch nie telefoniert, aber sie scheint nett zu sein. Ich schmunzle vor mich hin, ohne den Blick vom Display zu nehmen. Vielleicht gibt es neben der WG noch weitere Vorteile für mich. Bis zu den Mädels, mit denen ich mich für gewöhnlich treffe, ist es ein weiter Weg. Auf jeden Fall weiter als bis zur anderen Tür in meiner neuen Übergangswohnung. Hoffentlich sieht sie gut aus. Andere Standards habe ich nicht, schließlich unterhalte ich mich nicht mit Frauen im Bett. Deshalb ist es mir egal, wie intelligent sie sind. Hauptsache, sie stöhnen nicht wie eine quietschende Maus, der man auf den Schwanz getreten war, oder liegen wie ein Brett unter mir. Das kann ich nicht leiden. Als der Bus schließlich an meiner Haltestelle hält, zwänge ich mich mit den Reisetaschen nach draußen. Es ist ungewöhnlich kühl für Mai. Frösteln treibe ich mir die Hände aneinander, nachdem ich die Taschen auf den Gehweg gestellt habe. Ich bin Sonnenjunge. Alles unter 20 Grad kann mir gestohlen bleiben. Ich zücke erneut mein Handy, gebe die genaue Adresse in Google Maps ein und lasse mich von der App zu meinem Ziel führen. Ein identisch aussehendes Hochhaus aus den Siebzigern reizt sich ans andere und die Hausnummern sind so klein, dass ich sie vom Gehweg aus unmöglich erkennen kann. Hier hat schon lange niemand mehr renoviert. Obwohl Marc und ich für unseren eigenen Lebensunterhalt aufkommen, wohnen wir in einer besseren Gegend. Doch ich darf in meiner momentanen Situation nicht wählerisch sein. Fast ganz am Ende der Hochhausreihe stehe ich endlich vor der Hausnummer, die mir meine zukünftige Mitbewohnerin genannt hat. Sternrunzelnd betrachte ich den abröckelnden Putz, dessen Farbe eine Mischung aus Abgasgrau und verblichenen Beige sein muss. Sämtliche Fenster in den unteren Stockwerken sind mit dunklen Stoffen behangen. Außenrollos gibt es nicht. Die Gebäudetür sieht aus, als wäre sie mehrmals aufgebrochen worden. Fehlen nur noch ein paar Junkies mit Nadeln im Arm im Eingangsbereich, um mein Bild perfekt zu machen. Nicht, dass ich etwas zu befürchten hätte. Mit meinen gut 1,90 Meter Körpergröße und der durchtrainierten Statur überlegt es sich ein Räuber sicher zweimal, ob er mich überfallen will. Ich dränge den Hauch Unbehagen von mir, der mich in dieser heruntergekommenen Gegend befällt, fahre mir ein letztes Mal mit der Hand durchs blonde Haar, bis es mir verwegen nach allen Seiten absteht und mache mich dran, die richtige Klingel zu suchen. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind 22 schwarze Klingelknöpfe unter und nebeneinander angeordnet. Ich überfliege die Nachnamen neben den Knöpfen, bis mir wieder einfällt, dass ich ihn gar nicht kenne. Wir haben uns nur mit Vornamen vorgestellt. Wieder mit dem Handy in der Hand suche ich ihre Nummer, die ich unter Marie 3 eingespeichert habe, und drücke auf Anrufen. Nach dem zweiten Klingeln nimmt sie ab. Hey, ich bin Steven, sage ich. Ich stehe vor dem Haus, hab aber keine Ahnung, wo ich klingeln soll. Warte, kommt eine ziemlich niedliche Stimme aus dem Hörer. Ich mach dir auf. Du musst hoch in den dritten Stock. Schon ertönt der Türsummer. Danke, sage ich, ehe ich auflege. Natürlich gibt's keinen Fahrstuhl, doch das hab ich auch nicht erwartet, so heruntergekommen, wie die Häuser von außen aussehen. Als ich samt Gepäck fast den dritten Stock erreicht habe, sehe ich zwei junge Frauen, die sich in den Armen liegen. Neben einer steht ein Rollkoffer. Noch kannst du es dir überlegen, Süße, murmelt die, die im Treppenhaus steht. Du bist doch diejenige, die mitten im Semester die Studienrichtung wechselt, entgegnet die junge Frau, die ich nur halb sehen kann, da sie in der Wohnung steht. Du hast ja recht, sei vorsichtig, okay? Hm, ertönt es. Wird schon werden. Er war der Einzige, der sich gemeldet hat, und allein kann ich die Miete nicht stemmen. Wir werden uns schon irgendwie zusammenraufen. Schließlich bin ich ein großes Mädchen. Die Frau auf dem Hausflur lacht. Ich weiß, Süße, ich muss los, hab dich lieb. Ich dich auch. Sie greift nach ihrem Koffer und dreht sich zu mir um. Ah, wie es aussieht, ist er schon da. Kurz dreht sie mit den Rücken zu, um der Frau in der Wohnung etwas zuzuflüstern. Sie ist klein, ein wenig stämmig, und hat ihre schwarzen Haare zu einem unordentlichen Dutt hochgebunden. Mit deinem dicken, grinsenden Gesicht ... ... ... ... ...